Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen. Heute geht es ums Warten, zumindest im Buch der Bücher, ganz ohne Verrührung nassgeweinter Taschentücher. Aber wer wartet schon gern auf den Tag des Herrn? Im Jakobusbrief, der heute ganz unadventlich zu predigen ist, da lesen wir dazu Folgendes. So seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn, schreibt Jakobus, und er sagt ihr. So seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Gibt es hier jemanden unter uns zufällig, der gerne wartet, der gern und geduldig wartet, so beim Arzt oder auf den Zug am Bahnhof oder auf irgendwas, was kommt? Nein, das dachte ich mir irgendwie schon. Und deshalb sind wir schon beim Ersten. Warten zu müssen ist eine Zumutung und ein Wagnis. Deshalb ist Weihnachten vor allem auch eine Zumutung für Kinder. Warten an Heiligabend früher auf Oma und Opa. Wir damals in Bad Pyrmont, Sie Höxter. Wir, Krippenspiel, die kommen irgendwie nicht an Land. Also warten. Eisenbahn, Carrera-Bahn, Murmelbahn, alle schon in Stellung gebracht. Und warten ist eine Zumutung. Sind wir bald da? Wie oft muss ich noch schlafen? Zwanzig Mal. Dann ist er da. Ja, Jesus, er bei mir und ich bei ihm, hoffentlich, unendlich, ewig. Warten ist eine Zumutung. Und Christen warten auf die Wiederkunft ihres Herrn nun schon seit 2000 Jahren. Und oftmals haben sie sich gefragt, ist es jetzt soweit? Und wenn wir das noch im Ohr haben, was Jesus im Evangelium seinen Jüngern gesagt hat, von den Wogen des Meeres, und er spricht auch von Kriegen und dass einer dem anderen den Kopf einhaut, da gab es oft Situationen in der Weltgeschichte, wo die Christen sagten, jetzt ist es bald soweit. Jetzt muss unser Herr doch kommen. Warten ist aber auch riskant. Wer bei Ebay im Internet, manche machen das vielleicht noch, an einer Auktion teilnimmt, der sieht dort, wann die Auktion endet. Ich weiß nicht, was man jetzt so kaufen möchte. Zum Beispiel ein tolles neues, halbwegs neues iPhone, ja, für Mami oder so. Und man bietet jetzt mit. Und die Zeit läuft runter. Meistens jetzt so am Sonntagnachmittag, da hören diese Auktionen meistens dann auch auf, weil da die meisten Leute Zeit haben und vorm Computer sitzen. Und dann läuft dieser Countdown runter. Erstens Tage, dann sind es Stunden und irgendwann Minuten und Sekunden. Und man sieht dann, wie der Betrag immer mehr in die Höhe geht. Er überlegt sich, wenn er klug ist, ein Maximalgebot, bis zu dem er mitbieten wird. Wenn er das vorher nicht macht, dann ist nachher die Versuchung besonders groß, dass man doch immer weiter mitklickt zu Preisen, die man gar nicht zahlen wollte. Also wenn er klug ist, ein Maximalgebot. Und wenige Sekunden vor Schluss drückt er dann den Bietenknopf und er steht sein Schätzchen oder auch nicht. Denn wenn er zu lange wartet, macht ein anderer das Rennen. Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben. Es gibt oft ein zu spät in Liebesdingen, da kann man zu lange warten. Ja, da kann ich ein Lied von singen in der Schulzeit. Ja, da habe ich mich nie getraut, mal die Mädchen, die so Interesse weckten, anzusprechen. Und ich bin überzeugt, etliche Mädchen haben sich auch nicht getraut, mich anzusprechen. Damals wahrscheinlich haben zu lange gewartet, nun ist der Zug halt abgefahren. In beruflichen Angelegenheiten, da kann man zu lange warten und die Chance verpassen, wenn man ein klärendes Gespräch oder die geplante Versöhnung oder den fälligen Besuch zu lange aufschiebt, bis es zu spät ist, dann könnte das auch ein Risiko bergen. Es gab schon den einen oder anderen, den ich besuchen wollte. Und als ich endlich soweit war, da mal einen Termin zu vereinbaren, war es schon zu spät, weil derjenige schon verstorben war. Manch einer verpennt nicht nur den Advent, sondern sein ganzes Leben. Warten im Advent heißt nicht abwarten und Zimt-Tee trinken oder Glühwein, sondern aktiv warten. Darum als zweites, wer aktiv wartet, sagt Ja zu Gottes Zeitplan. Jakobus schreibt, so seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn. Und dann bringt er dieses Bild vom Bauern. Siehe, ein Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange Frühregen und Spätregen. Das, was ein Bauer am meisten macht, glaube ich, ist wohl das Warten. Jakobus hat hier einen ganz einfachen Vergleich aus dem Alltag und so erklärt er uns das mit der Geduld. Er nimmt uns beim Thema Geduld einfach mit in den Garten oder auf den Balkon oder zu den Zimmerpflanzen. Jeder Kleingärtner, der schon mal so ein Pflänzchen großgezogen hat, vom Samen bis zum großen Busch, ja, der weiß, worum es geht. Bei Geduld geht es in den Garten, also gehen wir mal hinterher. Wer hier aus unserer Mitte hat schon mal Kartoffeln gesetzt? Oh, ja, doch, ein paar junge Leute, ja, und auch noch jung gebliebene Leute haben Kartoffeln. Ich kann mich noch erinnern, als mein Opa das damals machte, hatten wir auch Gemüsegarten und von daher kenne ich das wirklich nur aus der Erinnerung selber, habe ich es noch nicht gemacht, aber schauen wir uns das nochmal an, wie das geht im Schnelldurchlauf. Also nach dem Winter, im nächsten Frühling irgendwann, da lockert man den Boden etwas auf, vielleicht hier bei Christian und Ben im Garten. Und dann zieht man dort, wo die Kartoffeln wachsen sollen, so Reihen, fein säuberlich mit etwa 60 Zentimeter Abstand. Ja, wir sind ja Deutsche, da muss das schon so in Reih und Ordnung alles sein. Und dann nimmt man die neun kleinen Saatkartoffeln, man macht so ein Loch, man legt sie hinein, nicht zu tief und in einem Abstand von 30, 40 Zentimeter kommt das nächste Loch mit der nächsten kleinen Kartoffel und man legt sie da wieder hinein. Und wenn man fertig ist, dann füllt man die Reihen so ein bisschen auf mit Erde und häuft sie auf, die Reihen, und unter diesem Haufen können die Kartoffeln dann auch gut wachsen. Nun muss man eigentlich nur noch warten. Mal gerade am Anfang, da muss man wohl bewässern und die Haufen wieder hochziehen. Ja, die erfahrenen Kartoffelbauern wissen das unter uns, aber sonst ist eigentlich fast nichts zu tun mit diesen Dingen, außer zu warten. Nach einer Weile wächst dann das Kartoffelkraut, es wird größer und größer, aber wir tun nichts außer warten. Die Kartoffel wächst von ganz allein. Was sollen wir da auch zu beitragen? An den Blättchen ziehen hilft auch nichts, weil wir wollen ja nicht das Grüne, sondern das, was da drunter irgendwo wächst. Im Herbst dann, nach einer ganzen Reihe von gewarteten Monaten, wenn das Kartoffelkraut dann irgendwann gelb wird, dann kann man ernten. Dann findet das Warten ein Ende. Das heißt, das Warten hat ein Ziel. Und wenn man dann mit der Hacke immer im Abstand zwischen den gesetzten Kartoffeln hackt, dann wird dort, wo man vorher nur eine kleine Kartoffel reingelegt hat, wird man dort einen ganzen Haufen voll neuer Kartoffeln finden. Aus einer kleinen Kartoffel sind viele große Kartoffeln geworden. Das Warten hat sich gelohnt und die Geduld, das Warten, das hat sich ausgezahlt. Jakobus nimmt uns beim Thema Geduld also mit in den Garten. Die Kartoffel bringt Frucht in Geduld und wir können nichts dazu tun, dass es schneller geht. Geduld hat immer eine Perspektive. Warten ist immer einfacher, wenn man weiß, worauf man wartet. Warten ist einfacher, wenn man weiß, worauf. Die Geduld des Bauern speist sich aus der Erfahrung und der Beobachtung, dass aus dieser Kartoffel etwas passiert, während er nichts damit macht, wenn er sie in Ruhe wachsen lässt und wenn er Geduld hat. Warten lohnt sich und Geduld fällt leichter, wenn sie eine Perspektive hat. Oft müssen wir warten und einfach Geduld haben. Das ist bei vielen Dingen so. Nicht nur mit uns selber müssen wir Geduld haben, wenn alles nicht schnell genug oder mal auch viel zu schnell geht. Mit anderen, die uns manchmal mächtig auf den Wecker gehen können. Mit manchen Umständen, die uns vielleicht gerade sehr belasten und die wir vielleicht auch nur durch treues Beten ändern können. Heilung braucht Geduld. Auch Trauer braucht Geduld. Abschiede brauchen Geduld. Und auch Neuanfänge brauchen Geduld. Wie oft möchten wir einfach den Schalter umlegen und sofort losrennen. Aber gerade das Kostbare im Leben braucht Zeit. Vieles muss in uns reifen, bevor wir Früchte ernten können. Wenn das bei der Kartoffel schon Wochen und Monate dauert, brauchen gute Dinge eben auch Weile. Also wer aktiv wartet, sagt Ja zu Gottes Zeitplan. Der tut ja nicht nichts, weil Jesus bald wiederkommt, sondern er tut alles Mögliche. Er macht nicht alles Mögliche, aber er macht alles Mögliche. Nee, andersrum. Er macht nicht alles Mögliche, aber alles Mögliche. Das Unmögliche macht dann Jesus, wenn er wiederkommt, wenn er da ist und sein Reich unter uns komplett sichtbar wird. Wer aktiv wartet, legt nicht die Hände in den Schoß, sondern er packt mit an. Man könnte ja sagen, okay, wenn er sagt, der Tag des Herrn ist nahe, lasst uns mal morgen alle im Bett liegen bleiben. Das Arbeiten lohnt nicht, die Schule lohnt nicht und irgendwelche Weihnachtsgeschenke kaufen lohnt nicht. Wer weiß, vielleicht kommt Jesus ja vorher schon wieder. Das ist nicht gemeint. Und ich sage mal, im Advent, auch wenn es wehtut, ja, und wenn wir alle das so denken und fühlen und im Fernsehen, wenn man uns das auch so berieselt und uns die Ohren da volldröhnt. Wir warten im Advent nicht aufs Christkind, sondern wir warten auf den Herrn und König Jesus Christus. Keiner von uns schlägt ein Buch auf, wenn er vor der roten Ampel steht oder er macht sich mal so ein Video an auf dem Handy oder er hält mal kurz ein Nickerchen, wenn er vor der roten Ampel steht, wartet er in der Erwartung, dass es grün wird. Er hat die Ampel also fest im Blick und ist bereit, sofort zu fahren, wenn es grün wird. Aber bis dahin übt er sich in Geduld. Durch Hupen und Ärgern ist zwar immer so mancher Kopf schon rot, aber noch keine Ampel grün geworden. Wer aktiv wartet, sagt Ja zu Gottes Zeitplan. Wer aktiv wartet, der ist bereit, wenn die Zeit reif ist und Jesus wiederkommt. Und das dritte, ganz zum Schluss auch kurz, geduldiges Warten lernt man nicht nur im Garten, sondern beim geduldigen Gott. Da lernen wir das Warten. Gottes Langmut uns gegenüber ist kein Hobby von ihm, sondern es ist sein Wesen, die in der Bibel größeres Gewicht hat. Gottes Langmut hält diese Welt und uns am Leben. Gott ist von seinem Wesen her geduldig und gütig. Er wartet auf uns und er gibt uns Zeit. Wir warten im Advent auf ihn, aber er wartet nicht nur im Advent auf uns. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Seine Liebe zu uns ist frisch wie am ersten Tag. Seine Treue zu uns ist stark wie am Anfang. Er wartet in Liebe auf uns, so wie nur frisch Verliebte aufeinander warten können. Und ich habe jetzt am Freitag unsere Tochter vom Bahnhof abgeholt, weil sie dieses Wochenende nach Hause kam. Ich erinnerte mich, wie ich damals vor vielen, vielen Jahren auch meine Frau manchmal auf dem Bahnhof abgeholt habe, wenn sie mal vorbeikam. Und es war in Schandela, kann ich sagen, Schienenersatzverkehr. In Schandela ist nicht nur der Hund verfroren, sondern jeder, der da auf den Zug wartet, im Schneeregen am Freitag. Es war nicht schön und so wie ich dann als Einziger irgendwie stand an dem ganzen wunderschönen Bahnhof von Schandela, mitten im Nirgendwo und wirklich sehr kalt war, dachte ich, so wartet auch Gott auf uns. So wie Verliebte auf ihren Liebsten warten und ihre Liebste, so wartet Gott auf uns. Er gibt uns Zeit, unser Leben auf die Reihe zu bekommen, durch alle Lichterketten hindurch ihn zu sehen. Aus allem Adventsgesäusel ihn herauszuhören, in aller Hektik bei ihm Ruhe zu finden und in aller Schnelligkeit bei ihm bleibendes Leben zu bekommen. Gott wartet geduldig auf uns, bis der Advent in uns wirklich angekommen ist. Darum seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Hände aus den Taschen, nicht nur Lebkuchen naschen, Kopf hoch, Augen auf, Ohren gespitzt, Herz bereit, die Türen weit, es ist soweit. Unser Herr macht sich breit, bald, heute, hier, es ist Advent, hoffentlich auch bei dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 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 Vielen Dank.